in einem soft launch auf den philippinen ja und wird mit sicher ihr kennt eventuell das spiel badlands was damals ziemlich geil angekommen ist das hier ist auch ein tor defense spiel würde ich mal sagen und dann würde ich mal sagen fangen wir mal an oder hier badland brawl wolltest du nicht anfangen möglicherweise dann macht das mal so muss sie es war doch eben angezeigt worden du musst da hinten ziehen das ding musst du ziehen ziehen nein nach hinten ziehen das ist doch eine das so eine schleude so ist eine schleude genau so kaputt 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 nice let's try now some tower defense defense jetzt musste die feuervögel abschießen die da jetzt überbring take that easy geil achtung da unten to not angry birds ja nur halt als tower cool challenge combos erst mal da unten du sollst erst mal da unten genau weißt du was das ist erst mal schmeißt du die bombe und dann haut er auf die bombe drauf also so sollte es eigentlich sein und jetzt gleich den typen hinterher nur die bombe muss weiter fliegen vermute ich jetzt einfach mal und ja oh jawoll mega nice so jetzt hast du den aber zuerst geworfen ja du musst erst die bombe und dann den typen werfen jetzt kommen die bombe zurück oh mein gott die bombe kommt zu dir die explodiert jetzt glaube ich bei dir in der hütte trainer miko so great work looks like we got an x reward for winning so haben ein ei bekommen und in dem eisen sachen drin also keine ahnung was das jetzt alles da ist jungle dawn dann würde ich mal sagen tap to grow fünf sekunden dauert das nur das ist jetzt dann gleich schon fertig dann schauen wir doch mal was da drin ist open was kommt aus dem ei raus bomben ach die können wir dann upgraden da oben sind ganz viele games wieder da oben sind ganz viele games wieder so jetzt ich wollte es in a running gap hier gleich na jetzt soll ich mir das anschauen und die benutzen und da reinpacken ok das benutzen und dort reinpacken alles klar und hier sollen wir es upgraden okay so also super natural mini bombs let's try out our new clones so the arrows will come in handy ground air defense challenge so okay das hat gut funktioniert vergleich 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 ja was denn los ja ja so jetzt muss ich den da erwischen brein so jetzt kommt oh das hilft mir jetzt okay so alter 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 habe ich noch nicht verschwindete ... nein-icero... Ihr merkt schon, oder quell, wir sind da meistens hier nicht so gut, wie ich. Hallo, das ist ja jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller, als das, was du vorhin hattest. Was ist denn das da oben? ...wenn fully filled looks like it's going to rain bombs today... Oh... Alter, mach keinen Mist. So, die müssen jetzt erstmal alle... genau,... Komm, jetzt weiter, geht's. und den hole ich mir jetzt auch noch und wieder berls losjagen no clown selected das super natural user blast rocker sind puste bombs in the enemy tower super nicht schön ist okay okay jetzt nehmen wir die da und dann müssen wir okay die kommen jetzt wieder runter wo ich glaube das war keine oh das war glaube ich keine allzu gute idee alter wo das hat jetzt noch gut funktioniert und jetzt noch mal oh scheiße selber getroffen das war nicht nicht so perfekt gelaufen ist sehr gut ist sehr gut ist sehr gut aber das hat das hat gut geklappt so oder ist eine ganz große na komm schon den habe ich drüber geballert aber das wieder auf die mitte und dann jawohl kommt er muss doch langsam fertig sein hier ist kann nicht wahr sein so ich nehme jetzt mal hier irgendeine in der mitte das müsste glaube ich besser funktionieren jawohl den habe ich geschafft du wieder ok tap to grow grow fünf sekunden 1 3 open was kommt bei raus und logos und eine bombendrohne und gold okay eine bombendrohne und also den nehmen wir jetzt nehmen wir damit rein den will ich mit ok so warte mal jetzt können wir den ding können wir noch alles klar dann nächsten braun ja dann mache ich auch noch eins so Achso, ne, eins kommen wir da noch. Supernatural Minibombs. Okay, ich kann das gleich. Oh. Time for Brawl. Oh, diesmal hast du mehr Sachen. Du sollst die Clones benutzen. Okay. Hör mal. Okay, so. Okay. Mach die fertig. Zack. Eigentlich solltest du die Clones benutzen. Das Ding, was du da eben gerade abgefeuert hattest, das war für die Bomben gedacht, um die... Achso. Ja. Die Clones benutzen. Das war da das zweite von rechts. Das sind die Clones. Das war doch nichts. Die solltest du eigentlich benutzen. Glaube ich. Ja. Oh. 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 So. Und dann den hier. Oh, 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 oh. Ich glaube, das könnte die erste Runde sein, die schon verloren geht. Das ist dieser komische Bomben. Die Bomben-Drohne, genau. Oh. Oh. Und er wird noch mit Pfeilen drüber geschossen. Oh, 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 oh. Die Pfeile, die machen ja auch bei dem richtig Schaden. Oh, oh. Oh, 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 Oh man. Ach, Du rating. Oh, oh. Oh, 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 holymi-Honi. Also Es ist ein engem, erst 400 neun를 sleep Hast du noch. 441 hat der. So. Oh, oh, oh. Oh, oh, der hat auch... Wer ist zuerst da? Wer ist zuerst da? Oh nein. du mal diesen zweiten da genau der ist bestimmt gut hier geht es aber diesmal ich zu sagen oder führt jetzt da hat schon 100 ja du hast noch 369 und er hat 441 leben noch so jetzt hast du eine verballert habe ich ja 239 das ist so funny ist das cool ist das cool wahrscheinlich 27 sekunden da kommen wahrscheinlich gleich die bomben schon wieder wo jetzt 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 packt er sofort alles aus was er jetzt wird alles ausgepackt gut abgewährt noch mal die kriegst du aber voll ab 3 2 1 und 0 und brawl over das war aber diesmal eine heiße runde new land reached das werde ich jetzt noch probieren ja jetzt darf ich auch noch mal genau sagen nein hallo das ist jetzt nicht dein ernst drei stunden dauert das alte nein doch hergleich doch hergleich kannst du es ja bei dir auch noch einstudieren nein nein das passt doch gar nicht mit sicherheit nicht passt es ok so also weiter geht's man 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 so weiter geht's man 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 einen schönen trenzieren nein 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 SO FAR LHEN sofit nein 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 schmeißt du nicht die bombe in der feuer zu doch weg was machst du denn oh mein gott du musst den töten töte ihn damit er die bombe nicht jedes mal we shortcuts kann kelen das war gut kelen versuch doch ja mein gott mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott ooh gut abgewählt das ding kommt wieder das kommt wieder und da unten kommt irgendwas reinmarschiert bei dir 1 30 noch der ist besser als du würde ich sagen schnell mit dem teil auf die bombe und schmeißt ihnen die bombe in den rücken 297 jetzt kommen die bomben jetzt kommen die bombe ich würde mal sagen das verlierst du das verlierst du es muss halt da ich weiß wieder in seinen rücken direkt an den kopf geworfen 14 sekunden noch 14 sekunden noch 10 9 8 7 6 5 das war ein starker hit das war ein starker dann hast du zum schluss noch gewonnen oder was alter das war ja ein mega match hier ich möchte auch noch nicht jetzt machen ich finde das witzig ich finde das mega cool was kommt dabei aus doko haus doko haus da kommen hunde raus ein blast rocket kann man aufleveln die firebirds kann man aufleveln die firebirds kann man aufleveln 60 gold mega ein gem so oder ist das ist gut also level was praktisch nein 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 warum brauchst du gegen das tablet nein das wollte ich nicht so noch mal wieso da ist so upgrade so einmal upgrade dann hier einmal upgrade hier nochmal upgraden ja und da oben die upgraden wo das kostet 50 ok haben wir trotzdem genug und den da unten upgraden so ist das mal überlegen wir haben jetzt dieses dockhaus und wir sind jetzt noch einmal hochgelevelt also haben das dockhaus das dockhaus könnten wir was bringt das aber das ist eigentlich gut glaube ich nur für was wollen wir es einsetzen für die piranhas für die arrows ich benutze es für die ups also das hier use und dann dafür genau machen wir es mal so und dann geht's los raw da haben wir auch noch eins zum öffnen was sind das ein ei ja das schon klar ein roh auch nochmal feiler gold gem so ok aber jetzt machen wir noch ein brawl looking for an opponent cold lemur ok jetzt wird es spannend mach mal stark aus ja das dauert ja das dauert so so alter mach mal so einen scheiß nicht der muss weg der muss weg alter 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 mach den weg nein oh mein gott alter was mache ich denn mach die luftmine was war das denn ich habe erstmal die bombe zudem rüber gebracht so dass die er wieder weg will das erste verlorene match nein das wird nicht das erste verlorene match gar keinen fall das ist das erste verlorene match so bäm das habe ich dem auch zurückgejagt oh oh nein oh oh bist du schlecht was heißt bist du schlecht ich habe einen mensch gewonnen ich habe einen mensch gewonnen ist ja gut so jetzt kommt der darüber den kann er ja mal versuchen noch zu treffen der kommt nämlich an alter bist du bekloppt und legt der tower down oh mein gott vergleich ich dräng dich mal an ich dräng mich an nein doch ich dräng mich an so die bombe kommt auch noch zu ihm rüber nein kommt sie nicht so und jetzt kommen die ganzen hunde dabei raus 30 sekunden noch und die ganze kram fliegt zu ihm zurück so das ist glaube ich ziemlich gut bis jetzt gelaufen ja und das gewinne ich nämlich so wie es aussieht halte 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 häu ab oh god ja und 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 sudden death brawl over hab ich gewonnen ja mega nice wow alter das war das war cool das war echt cool also müssen damit schreibt was heißt es okay also ich finde das spiel cool möchtest du noch machen ich finde das spiel cool mir hat es jetzt richtig bock gemacht und einigermaßen da hast du mir nicht richtig zu guckte am anfang als erklärt wurde mit der rocke es war dafür da gewesen man darf sich auch nicht äußere okay woher was auch nicht den kanal wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und